Musik Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf meinem Channel Schön, dass du wieder eingestellt hast Ja, heute würde ich euch eigentlich einfach nur fragen Was würdet ihr euch denn als nächstes Let's Play einfach so wünschen? Und zwar, ich habe keine Ahnung, was ihr als nächstes machen sollt Ich würde gerne mal wieder mal einen Wochenplaner stellen Wie wir dann per Woche und nicht alle zwei Tage im Video-Takt machen Wie findet ihr das? Erstens, das würde ich gerne euch fragen Und schreibt es mir in den Kommentaren, wie ihr so einen Wochenplan findet Und zweitens wollte ich natürlich dann zur Abstimmung rufen Und zwar habe ich unten euch einen Link in die Kommentare Beschreibung, wo ihr einfach mal abstimmen könnt Was wir als nächstes Let's Playen sollen Und ja, ihr könnt natürlich auch für mehrere Sachen stimmen Ihr könnt nämlich hier unten in die Kommentare schreiben Wie viele dieser Sachen wir davon Let's Playen sollen Ja, wie gesagt, sieben Tage maximal Das heißt, ich wollte schon alle zwei Tage meine Mods behalten Das heißt, ihr könnt so ungefähr von drei Let's Plays ausgehen Das heißt, drei verschiedene Let's Plays die Woche Und das jede Woche wiederholend Es sind da zwar nicht so viele Folgen Aber auf jeden Fall Blitzbrigade wollte ich eigentlich dabei behalten Da könnt ihr natürlich über unten rein schreiben, ob ihr das überhaupt noch wollt Ja, das war's soweit von meiner Seite Stimmt einfach ab und schreibt mir einfach nochmal, was fehlt Unten in die Kommentare, wenn irgendwas noch gibt Und gebt darauf Likes Wenn die anderen auch noch dafür sind Ja, würde ich sagen Wird eben von meiner Seite bis zum nächsten Mal So viel verplappert Bis dahin Ciao 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 Ciao